So Leute, willkommen zurück bei Let's Play Stronghold 2. Ja, wir waren letztes Mal stehen geblieben, wo wir Sir Advent töten müssen und da machen wir auch sofort mal weiter nach einer kurzen Kunstpause. Ähm, oh, ja, ach, okay. Ja, hier kann ich halt im Pausenmodus kann ich Gebäude bauen, was sehr, sehr gut ist. So, das ist perfekt. So, baue ich hier hin, baue ich hier hin, baue ich hier hin, dann baue ich da hin, dann stehe ich nicht unter Zeitdruck, das ist sehr gut. Irgendwie ist das gecheate, aber es ist sehr gut. Ähm, ach, ich hab das scheiße gebaut. Ich hab das scheiße gebaut, wie immer. So. Ähm, hier hin. Oder da hin. Ich weiß nicht. Mist. Da hin. So, dann kann ich das löschen. Löschen. Löschen! Löschen geht nicht. Okay. Löschen. Okay, jetzt geht's auf einmal. Ähm. Und hier hin bauen. So. Ich baue es mal hier hin. So. Und. Löschen. P löschen. So, P. hin bauen. Okay, ähm. Das ist jetzt schon mal gut. So. Nahrung. Hab ich da? Eigentlich kann ich das wegbauen. Aber da befindet sich jetzt mein... Kann ich noch nicht wegbauen. Okay, mach ich später. So, dann werde ich erstmal hier noch alles hinbauen. Das passt da nicht hin, Milo. Hoffentlich schaffe ich es. Das passt da nicht hin, Milo. Beim letzten Mal war es so gefailt, was ich gemacht hab. Aber egal. Man muss es auch mal schaffen. Und erstens mal Musik da. Was ich sehr bevorzuge. Weil ganz ohne Musik ist doch ein bisschen doof. So, was hab ich noch? Was kann ich noch bauen? Ich versuche sofort mal an einem Schlag alles zu bauen. Damit ich von allem sofort etwas bekomme. Ähm. Hab ich schon Stein? Stein wäre... Ja, hab ich. Ähm. Ich mach zuerst mal ein Einzelwall. Einzelwall. Hier hin. So. So. Hier hin. Kurz. Hin pflanzen. Ach, das reicht nicht bis ganz hinten, oder? Reicht das? Ich weiß nicht. Nee, reicht nicht ganz. Okay, egal. Ähm. Marktplatz. Marktplatz. Ach ja, hier hab ich ja noch... Ah, nicht, dass ich das nachher vergesse. Ähm. Sonst hab ich schon mal einen fetten Nachteil. Ähm. Marktplatz. Wo bist du? Marktplatz. Da. Okay. Markt. Ähm. Den pflanze ich einfach mal hier hin. So. Dann kaufe ich mir... Was kaufe ich mir denn? Stein. So. Zehn Stein müsste reichen. Hoff ich mal. Und es ist wieder keine Musik da. Ja. So. Das reicht, hoffe ich. Und jetzt noch hier den Krankenzugang zumachen, weil sonst können die da durch. Und dann bin ich wieder voll am Arsch. So. Wieder zehn kaufen. Nicht, da ich nachher zu viel hab. Das wär ja... Scheußlich. So. Das reicht. Das reicht auf jeden Fall. Wenn das nicht reicht, dann verfluche ich dieses Spiel. Und ich brauch noch... Alter, ich... Das ist doch... Ich hoffe, wenn's jetzt klappt, dann ist es echt, weil ich Pause gedrückt hab. Äh, wenn's nicht klappt, dann... Ja. Dann verfluche ich dieses Spiel zweimal. So. Bauen. Bauen. Kann ich keine vier bauen? Mano! So. Okay. Ähm, ja, ich sollte aufhören mit dem So. So. Aber es ist halt so. Das passt da nicht hin, mein Loch. Wieso passt das nicht hin? Wir brauchen Holz, mein Loch. Och, jetzt hab ich zwei hingebaut. Egal. Ne, nicht egal. Egal. Doch, egal. Okay. Ähm. Ähm, 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 was noch? Hab ich was vergessen? Ich schätze mal nicht. Ich hoffe mal nicht, äh, das hab ich... Ne Waffenkammer kann ich gleich bauen. Ähm. Oder? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall brauche ich eine Unterkunft. Unterkunft brauche ich auf jeden Fall. So. Wo soll ich die hin bauen? Ach, ich sag schon wieder so. Ähm. Ja. Für jedes so, was ich sage... Keine Ahnung. Was soll ich da machen? Ich weiß nicht. Überlegt ihr mal. Äh. Äh. Ja. Jetzt verkneife ich mir das... Das Wort, was nicht genannt werden darf. Ähm. Dann werde ich hier... Was brauche ich jetzt? Was wollte ich bauen? Äh. Äh, 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 äh. Jetzt sage ich die ganze Zeit, äh. Was wollte ich bauen? Ach ja. Äh. Ich wollte... Ich wollte hier das bauen. Eine Burgküche. So. Ah, scheiße. Okay, ähm, ja. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Naja, was ich schon mal sagen wollte. Ich bedanke mich für 80 Abonnenten. Es sind ja inzwischen 81. Ähm. Und dafür will ich mich sehr bedanken. Und es wird 100 Abonnenten-Special geben. Ich werde mich echt bemühen, das hinzubekommen. Ähm. Und... Ja. Freut euch vielleicht darauf. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch... Vielleicht auch schon. Ähm. Wer weiß. Ihr könnt entscheiden. Ähm. Wieso kosten die Schweinfarmen so viel? Es ist... viel zu teuer. Okay. Ähm. Okay, jetzt habe ich eigentlich alles gebaut. Ich habe Nahrungsmittel. Ich habe Gebäude. Ich habe... Äh. Holz. Ich habe Stein. Ich habe Wall. Ich habe... Äh. Unterkünfte. Ich habe kein Geld. Okay. Ähm. Ja, das kommt gleich noch, das Geld. Ich habe Truppen. Ein paar. Ich habe hier den Wall. Ich habe da den Wall. Ähm. Der hat noch nicht mal annähernd was gemacht. Und ich bin schon fast fertig. Und... Jetzt kann das Spiel weitergehen. Okay. Und ich habe keine Stoppuhr. Da. Okay. Und ich lasse das drei... Leute kommen auf die Burg. Ist sie an? Ja, sie ist an. Okay. So. Ach, ja. Ja, 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 ja. Bei diesem Spiel sage ich so viel so, ich habe keine Ahnung warum. Ach, ich habe es vergessen. Stimmt. Hier, das und das da. Arck. Ich habe schon ein Irr... Wird auch mal Zeit hier, dass das was vorangeht. Ähm. Könnt ihr mal schneller machen. Das wäre sehr hilfreich. Ich... Naja, wenigstens ist schon mal Nahrung da. Und... Äh... Holz kommt auch gleich. Ach ja, ach ja. Euer Zeichen, Sire? Äh... Und das will ich doch mal verhindern. Nicht da nicht so verkacke wie die vor zwei Male. Das wäre nicht so toll. Äh... Palisaden. Das brauche ich auf jeden... Das brauche ich auf jeden Fall. Das... Äh... Das ist ultra wichtig. Äh... Olaf wird zuerst sterben. Denke ich mal. Aber... Edwin macht die ganze Zeit scheiß Belagerungstürme. Aber sein Teil ist so klein. Was will der eigentlich dagegen machen, dass ich da jetzt mit... Gleich mal mit so einer Armee auf... Äh... Da hingehe? Das ist... Keine Ahnung. Ähm... Beilt euch mit Holz los! Äh... Und ich hab Trinken. Sehr wichtig fürs Stronghold. Weil... Hier kann man manchmal nichts machen. So wie jetzt gerade, weil ich kein Holz hab und kein gar nichts. Ich hab kein Geld und da kommt Holz. Uh! Hab ich Stein? Hallo? Ich kann da nicht reingucken. Wieso kann ich da nicht reingucken? Hallo? Hallo? Ich will da reingucken. Aber ich hab keinen Stein. Äh... 32, aber es ist alles besetzt. Nein, das ist nicht besetzt. Nein. Eure Beliebtheit steigt. Ich weiß. So. Ach, verdammt! Das ist eine Challenge. Äh... Holz? Ich brauch kein Holz. Doch, brauch ich. Aber... Nicht in den Maßen. Ich brauch jetzt höchstens eine Jauchgrube und einen Falkenaposten. Ja. Ja. Äh... Okay. Ähm... Ich nehme auf. Da ist gut zu wissen. Wat? Achso. Ratten! Ich dachte schon. Das Volk liebt euch, Sire. Ja, auch schön. Plus Null zu haben. Das passt da nicht hin, my Lord. Und... Und... Komm, mach 18. Bei dich. Nimm die Peitsche und mach... Ich weiß. Greenpeace liebt mich schon. Ja. Ja. Und es ist wieder keine Musik da. Ja. Ja, das ist sehr interessant. Aha. Musik. Äh... 40 von 40, Ära 9. Okay, okay, okay. Ja, dann könnte ich so langsam anfangen. Noch ein bisschen Nahrung. Ich brauche erst noch ein Gehilf. Erst noch ein Gehilf bauen. Irgendwohin. Ist egal. So, und noch eins. So, und dann... Ach, ich sag schon wieder zu, wie sie so... Und das hier hinbauen. Beliebtheit ist mir eigentlich relativ vain. vain. Speere hoch! Weil... Wie lautet die Mission? Ich brauche hier keine Beliebtheit, wenn ich es Plus Null habe, oder... Das Volk liebt euch. Ja, äh... Plus Null habe, oder... Minus eins ist mir eigentlich relativ egal. Ähm... Weil... Solange ich Bauen bekomme, ist alles kein Problem. Das Volk liebt euch, Sire. Steuern plus eins. Das werde ich euch auch noch austreiben. Stimmt. Deshalb brauche ich das. Okay, okay. Ich nehme alles zurück. Ich brauche Beliebtheit. Ich brauche sogar sehr viel Beliebtheit. Ich brauche Stein. Brauche ich nicht. Aber ich brauche Gold. Ähm... Ähm... Ja, deswegen. Ich brauche Gold. Sehr viel Gold. Ähm... Ja, deshalb brauche ich auch Beliebtheit. Deshalb brauche ich auch Hopfen. Hopfen! Das passt da nicht hin, Milo. Okay. Und ich brauche... Doch, ich brauche gleich... Auf jeden Fall Stein. Äh, beeilt euch mal mit Stein. Ich brauche nämlich noch Türme. Türme, 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 Türme. Äh... Was soll das? Keine Veränderung in der Schatzkammer, Milo. 40. Ich brauche 40. Hallo? 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 Dann brauche ich erst mal das hier. Hörsü...